Kommt zurück bei Mario's Amazing Adventure. Wir waren hier letztes Mal mitten im Level stehengeblieben. Wir sind unter Wasser. Äh, Level-Dinge. Ja. Und weiter geht's. Ich glaub, der hat mich letztes Mal gekillt. Ja. Der war das. Ich weiß nicht, was kommt. Toh-Hurring. Okay, da können wir ein bisschen drüber schwimmen. Warum ist dieses eigentlich Fila? Fila. Okay. Gibt's ein Pilz? Bitte ein Pilz. Ach, so. Verstanden. Wenn ich wüsste, wo ich hin muss. Ach, komm, scheiß drauf. Okay. Kacke, ich hab's verkackt. Fangen wir nochmal von vorne an. Ich hasse Wasserlevel. Habt ihr das schon mal gesagt? Ich glaube, ja. Oh, fick dich. Bullet Bill. Okay. Jetzt, jetzt vernünftig. Jetzt ist es gescheit. Jetzt macht alles in Ordnung. Und... ...und... 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 ...und du. ...oder du. Oder mich tötet dieser verfickte Bullet Bill und ich hab keinen Bock mehr. Nein, ich hab keinen Bock. Aber nicht auf diese scheiß Unterwassermisskacke mit Torpedos und Bullet Bill. Das ist oft scheiße. Schieß. ...und ich hab keinen Bock. Strange. Ich hab'se diesen Blumen voran. Dann muss ich da, die P2 tun. Dann muss ich da, die P2 tun. Dann muss ich da, die P2 tun. Und dann kommt der K2-Way-Point. Und dann dauert der Level nochmal ewig so lange und dann kommt der gleiche Scheiße nochmal. Ja komm. Ich hab keinen Feuerblumen, den blöden Arsch da killen kann. Das wäre echt sehr hilfreich. Ich hab auch keine Ahnung, wo ich hin muss dann, mit dem Silvanen. Das ist nicht das Problem daran. Okay, das war knapp. Ah, Scheiße. Gegen Bullet Bill zu unterwassern kannst du nichts machen, ey. Ich bin viel zu schnell. Du kannst nicht haben Scheiden weggestürmt. Vor allem nicht in so engen Tunneln. Das war verdammt knapp. So, jetzt hab ich den silbernen Peace Ridge. Das geht jetzt wieder so. Pennafish. Das sind so hier lang bestimmt, oder? Weil hier die Textbox steht, dass wir mal hier nur mit silbernem Piezen hüpfen. Ach nein. Nein. Ach doch, nein. Wir sind bestimmt nicht in die Röhre hier. Oder doch. Nein. Ich muss noch nicht. Das war so eine, eine sehr hohe. Ich glaub nicht, oder? Wenn ich jetzt hier hieß. Hier bestimmt nicht. Ich hasse diesen Level. Das ist echt scheiße. Das macht mir keinen Spaß. Sondern so eine Dreckskacke unter Wasser. Slow down. Oh. Geh bloß weg. Du blöder Fisch. Du könntest mich bestimmt nicht. Schießt, du blöder Fisch. Schießt. Das schießt einen zu hoch. Boah. Das war so verdammt knapp schon wieder. Ich hab keinen Arm, wo ich hin muss. Ich hab keinen Arm, wo ich hin muss. Ich hasse Labyrinthe, ey. Das ist so kotzer. Wie komm ich da oben hin? Das wird von links her. Von links hin. Ja, 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 wir gehen wegge fibre k� Christina Geh weg! Verpiss dich! Wer? Nein, der ist jetzt wieder hier, ne? Ja, ah. Wie komm ich denn hin? Ah! Von hier. So, kann ich hier bitte irgendwas, wenigstens mit Waypoint oder so kriegen? Oder Ziel direkt, das wäre ja das schönste. Nur nicht diesen... Ah kack! Ziel! Ich liebe euch alle. Okay. Und damit... war es das für diese Folge. Weil ich nicht weiß, weil ich wieder meinen Timer nicht gestattet habe. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!